Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 223. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ist eine Weile her. 20. Januar ist die letzte Folge erschienen von einem Podcast, der eigentlich den Anspruch hat, wöchentlich da zu sein. Und darum soll es jetzt diese Folge auch gehen. Also es wird so gar nicht eine Folge so wie immer. Sie wird mutmaßlich ein bisschen kürzer werden. Und ja, ich wollte einmal erzählen, was gerade los ist, warum hier so, warum es hier so ruhig war. Und ja, das ist es. Also ich hatte tatsächlich, ich hatte einfach nicht die Energie, was zu machen. Gar nicht mal so sehr, weil ich irgendeinen Podcast Blues hätte, von dem ich bei Twitter immer lese, der angeblich gerade durch die Szene weht. Nee, es ist einfach, wenn ihr mal die Folgentitel, die Episodentitel der letzten, weiß ich nicht, 10, 12 Folgen euch anguckt oder zumindest die Beschreibung, die Zusammenfassung der Folgen, dann steht da eigentlich fast immer, dass ich total überarbeitet bin und dass ich zu viel zu tun habe und nicht so richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Und das war jetzt dann seit Mitte Januar nochmal ein bisschen mehr. Ja, ich habe einfach gerade sehr, sehr viel zu tun und es ging so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so stopp, jetzt bleibe ich mal eine Woche zu Hause und komme mal irgendwie ein bisschen klar. Und da war einfach keine Luft für Podcasting, also erstmal von der, von der Zeit her, sich, also einfach, nee, nicht von der Zeit, die hätte ich wahrscheinlich gehabt. Man hat immer mal irgendwo eine Stunde Luft, um einen Podcast aufzunehmen. Das geht, aber die Energie war einfach nicht da und ich hätte dann auch gar nicht gewusst, was ich erzählen sollte. Ich habe mehrfach versucht, eine Folge 223 aufzunehmen, aber ich war dann immer relativ schnell gelangweilt von dem, was ich erzähle. Und das ist ja das, was ich auf gar keinen Fall tun möchte, nämlich irgendjemanden langweilen mit dem, was ich hier tue. Also habe ich das sein gelassen. Was auch so ein bisschen mit an der Motivationsschraube gedreht hat, war dieser vermeintliche Hackerangriff auf einige meiner Podcast-Blogs. Ich will es gar nicht Angriff nennen. Es gab diese Ausnutzung einer Schwachstelle oder mehrerer Schwachstellen in diversen WordPress-Installationen, die dazu geführt haben, dass zweimal innerhalb einer Woche der Server abgeschaltet wurde, der Zugang gesperrt wurde von außen, dass ich also nur noch unter sehr strengen Sicherheitsbedingungen überhaupt darauf zugreifen durfte von Seite meines Hosters aus. Und das ist noch nicht ausgestanden. Es läuft jetzt so weit, dass zumindest in den Podcast-Apps keine Fehlermeldungen mehr auftauchen. Und das ist auch gut. Aber es läuft noch nicht wieder hundertprozentig so, wie es soll. Beim Nord-Süd-Gefälle gibt es keine Probleme. Bei Hashtag Gastini ist alles in Ordnung. Beim High-Alarm-Podcast im Prinzip auch. Auch komme ich gleich zu. Und bei What's in Your Pants ist es halt so, das Blog ist da, aber ansonsten funktioniert nichts. Man kann keine Folgen runterladen, man kann keine Folgen abspielen. Und ich kann mich auch nicht einloggen, um dieses Problem zu untersuchen oder zu beheben. Ich glaube, ich weiß, warum man keine Folgen runterladen kann, dass einfach nur irgendwo in der Datenbank der Eintrag fehlt, wo das Audio zu finden ist und wo alles andere ist. Aber ich komme da nicht ran. An die Stelle in WordPress, wo ich das eintragen kann. Ich könnte es versuchen über die Datenbank, aber da weiß ich noch nicht mal, wo ich suchen soll. Insofern, ich bin mit ein, zwei Leuten im Gespräch, die mir potenziell helfen können. Ich habe auch noch eine Idee, wie ich das beheben könnte. Aber ich weiß es halt nicht, ob es funktioniert. Das ist eben der Punkt gerade. Und dann die Geschichte beim High-Alarm-Podcast. Das ist wirklich dumm und ärgerlich und nervig. Da ist alles in Ordnung. Bis auf ein Sicherheitsfeature, was ich eingebaut habe. Und zwar, ich habe im Nachgang dieser ganzen Schwachstellengeschichte diverse Sicherheits-Plugins installiert, die WordPress gegen Angriffe absichern sollen, die also nach modifizierten Dateien Ausschau halten, die nach Malware scannen, die aber auch die Zugriffsmöglichkeiten von außen beschränken. Und da ist irgendwo was falsch gelaufen. Bei dem einen, und zwar beim High-Alarm-Podcast, habe ich als Zugangsbeschränkung auch ein Capture installiert. Also bevor man sein Passwort eingeben kann, muss man erstmal ein Capture lösen. Also ein Bild, auf dem so ein bisschen verzogen dargestellte Zahlen- und Buchstabenkombinationen abgebildet sind. Da muss man darunter in ein Textfeld eingeben, was für Zahlen und Buchstaben da zu sehen sind. Und dieses Bild wird nicht angezeigt. Das heißt, ich kann zwar die Antwort eingeben, aber ich sehe die Frage nicht. Und egal, was ich mache, das führt dann letztlich dazu, dass es als Angriff gewertet wird und dann werde ich für eine Stunde ausgesperrt und kann gar nicht mehr darauf zugreifen. Aber auch da habe ich zumindest eine Idee, was ich tun kann. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Und wenn man sich damit die ganze Zeit auseinandersetzt, dann ist das nicht so wahnsinnig einfach. Also für mich ist das auch zusätzlich zu der Überarbeitung, die nach wie vor einfach da ist. Also ich merke, es wird besser. Ich komme gerade wieder ein bisschen besser klar. Aber zusätzlich dazu, sich dann auch noch hinzusetzen und zu sagen, okay, ich löse dieses Problem jetzt. Das funktioniert nicht. Zumal das Probleme sind, wo ich nur raten kann, weil ich kein wirkliches Wissen um Datenbanken oder Server-Administration oder sowas habe, sondern ich kann nur raten. Ich habe erweiterte Anwenderkenntnisse. Mehr nicht. Und ich habe es schon mehrfach, nee, hier habe ich es noch nicht gesagt, weil ich die Folge immer wieder gelöscht habe. Wenn ich Bock gehabt hätte, irgendwas mit IT zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie in der IT gelandet. Das ist immer das. Ja, wie gesagt, ich habe zwei, drei Lösungsansätze, was ich noch versuchen möchte. Und ich bin mit ein, zwei Leuten im Gespräch, die mir dabei vielleicht dann helfen könnten, wenn das auch nicht funktioniert. Aber es ist halt alles noch nicht klar. Was hingegen klar ist, ist tatsächlich ein neues Podcast-Projekt, an dem ich beteiligt sein werde. So neu ist es gar nicht mehr, sondern ich steige ein und bin sozusagen Ersatzspieler zweite Wahllösung, wie auch immer du es nennen willst. Und zwar beim Camping-Caravan-Podcast. Da bin ich jetzt offizieller Co-Moderator. Ein Podcast, den ich immer sehr gerne gehört habe mit Marco und Sönke, die über ihre Camping-Erlebnisse sprechen. Die darüber sprechen, wohin sie fahren, welche Plätze sie kennengelernt haben, was sie im Urlaub gemacht haben, was uns auch so allgemeine Tipps geben, so erzählen, was sie an Umbau arbeiten, an ihren Wohnwagen gemacht haben und so. Und das ist immer auf eine sehr angenehme, unterhaltsame Art. Wie gesagt, ist einer der Podcasts, die ich auch immer vorne einsortiert habe in der Playlist. Also ich habe ja immer ungefähr 100 ungehörte Episoden, die in meiner Playlist rumdümpeln und die ich so nach der Reihe anhöre. Und es gibt eben eine relativ kleine Anzahl von Podcasts, deren Episoden immer vorne einsortiert werden. Und der Camping-Caravan-Podcast gehört ja immer dazu. Jetzt ist es offenbar so, dass Sönke schon seit einem Dreivierteljahr eigentlich keine Lust mehr hat auf das Projekt und eigentlich nicht mehr mitmachen wollte. Und jetzt hat sich das soweit in Anführungszeichen hochgeschaukelt, dass er gesagt hat, ich steige jetzt aber wirklich aus und deine Motivationsversuche, Marco, funktionieren bei mir nicht mehr. Und dann sind die beiden an mich herangetreten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da teilzunehmen. Und das ist natürlich so eine Sache. Einerseits habe ich natürlich voll Bock drauf. Also eigentlich vom Gefühl her hätte ich sofort zusagen können. Aber andererseits ist es halt schwierig zu sagen, ich bin gerade Mörder überarbeitet und habe wahnsinnig viel zu tun und komme nicht so richtig klar und kriege meine eigenen Podcast-Geschichten gerade nur sehr rudimentär irgendwie erledigt. Und dann steige ich bei einem anderen Podcast-Projekt noch zusätzlich mit ein. Das heißt, so alles über alles gerechnet, habe ich jetzt sechs Podcasts. Das ist ein bisschen viel. Aber das Gute ist, dass ich beim Camping Caravan Podcast halt so gar nichts mit allem zu tun habe. Ich bin einfach nur dabei. Also ich rede mit und ich bin auch Teil dieser Episoden und sehe mich auch als Teil des Projekts. Selbstverständlich, klar. Wenn ich da mitmache, dann richtig. Aber ich habe eben nur die Aufnahme, mit der ich mich beschäftigen muss. Also ich habe nicht den Schnitt, ich habe nicht die Veröffentlichung, ich habe nicht die WordPress-Administration. Das machen alles andere. Und da bin ich sehr froh. Und das war der zweite Grund, warum ich dazu gesagt habe. Der erste ist, dass ich das Projekt am Leben halten wollte, weil ich das wirklich sehr cool finde. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also ich habe jetzt tatsächlich mehrere Baustellen, nämlich im Prinzip drei. Zum einen mit Jörn Schaas feinem Podcast wieder anfangen. Zum anderen What's in your pants und High Alarm Podcast wieder in die Spur kriegen. Und zum dritten Nord-Süd-Gefälle, Hashtag Gastini und Camping Caravan Podcast am Laufen halten und weiterlaufen lassen, so wie es halt läuft. Das alles neben der Arbeit und dann noch neben den anderen Sachen, die ich mir so vorgenommen habe. Also es gibt einfach noch so ein paar Sachen, die hier rumliegen, die auch erledigt werden wollen. Das bedeutet im Augenblick für Jörn Schaas feinen Podcast, es wird weitergehen, es wird weiterhin Episoden geben, halt nicht mehr so regelmäßig, so diesen Anspruch von ich muss jede Woche in Anführungszeichen eine Folge produzieren. Das geht jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, ob es zweiwöchentlich wird oder einmal im Monat oder halt irgendwie so, wie es reinpasst. Also nächste Woche zum Beispiel gibt es definitiv keine, da habe ich keine Zeit. Ja und dann mal gucken, was sich hier vielleicht inhaltlich verändert. Also so die ganzen Geschichten mit Camping, das wird dann hier nicht mehr ganz so ausführlich stattfinden. Das nehme ich dann natürlich lieber in den Camping Caravan Podcast, wo es thematisch auch reinpasst. Und mal gucken, vielleicht gibt es dann hier, keine Ahnung, mehr Metagelaber oder weiß ich noch nicht. Mal sehen. Nein, also am Ende bleibt es halt ein Personal Podcast. Ich erzähle aus meinem Leben und was mir so widerfahren ist und am Ende wird sich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern und höchstwahrscheinlich pendelt sich das Ganze auch alles irgendwie wieder ein in diese Richtung, aus der wir kommen. Das hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht, hat mir alles immer sehr gefallen und ich mochte immer das tolle Feedback, was ich von euch bekommen habe. Insofern ist das, also es wird auf jeden Fall weitergehen. Die Frage ist im Augenblick nur wie, aber und das wollte ich, diese Ratlosigkeit darüber, die wollte ich mit euch teilen. Ja, gut. Es gibt noch irgendwas anderes, was wollte ich denn noch aufarbeiten? Ach so, ja, genau. Genau, nächstes Wochenende habe ich tatsächlich keine Zeit für einen Podcast, weil ich nämlich ein Podcast-Seminar halten werde. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Das erste ist auch schon gelaufen vor ziemlich genau vier Wochen. Ja, Anfang Februar. Das war das Einsteiger-Seminar. War ich zufriedener als beim letzten Mal, aber immer noch nicht so richtig, weil es halt, ich habe halt echt keine Ahnung, wie man Workshops hält, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es war halt einfach viel zu viel frontales Reindrücken von Wissen. Und auch dieses Mal habe ich wieder gemerkt, wie Leute abschalten dabei, was denen, ja, wo sie einfach dann in Anführungszeichen raus waren. Das lag auch ein bisschen daran, dass es, dass die Screenshots, die ich mit in der Folie hatte, dann doch zu klein aufgelöst waren. Also man konnte das einfach nicht lesen. Ja gut, aber die Folien sind ja online und da kann sich dann jeder das rausziehen, hoffentlich für seinen Podcast, was er braucht. Und das Gute ist ja, das sind kostenlose Workshops beim offenen Kanal. Da kann sich jeder anmelden und ich finde immer, wenn man nichts für einen Workshop bezahlen muss, dann darf man auch die Erwartungshaltung nicht allzu hoch hängen. Aber nächstes Mal geht es für Fortgeschrittene. Ich weiß gar nicht, ob man sich noch anmelden kann. Am 16. März ist der Termin im offenen Kanal in Heide und wir werden sprechen über rechtliche Geschichten, sowas wie GEMA und Werbung und so ein Kram. Was ist eigentlich, damit kann ich einfach Ausschnitte von irgendwas benutzen. Wie geht das? Wie stelle ich es am schlauesten an? Wir werden auch sprechen über anspruchsvollere Produktionen, also nicht nur den Solo-Podcast, was wie nehme ich am besten mit mehreren einen Podcast auf. Das werden wir machen und ich muss mal gucken, wie wir das dann auch ein bisschen, wie wir da ein bisschen Praxis reinkriegen, dass es nicht nur so ist, dass da irgendwo ein dicker Mann vorne sitzt am Beamer und irgendwas erzählt. Das muss der Anspruch sein. Mal gucken, wie mir das gelingt. Ich werde davon erzählen. Gut und ansonsten alles andere, was was jetzt in den vergangenen sechs Wochen gewesen ist, das ist auch vorbei. Das lohnt sich auch jetzt nicht mehr darüber zu erzählen. Ich rate dringend in die neueste Folge vom Camping Caravan Podcast reinzuhören, wo ich sozusagen mich vorgestellt habe als der Neue, der jetzt öfter kommt. Das ist auch, also ich komme ganz am Ende erst dazu und auch sonst ist das eine, ich finde, sehr hörenswerte Folge geworden und gerade heute am 9. März ist auch die neueste Episode von Hashtag Gastini erschienen. Die lag jetzt auch schon eine Woche umgeschnitten hier herum und da bin ich auch froh, dass ich das heute noch erledigen konnte. Damit belassen wir es dann für heute mal mit dieser Episode wie gesagt relativ kurz, aber ich hatte das Bedürfnis, mich mal zwischendurch wieder zu melden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Geduld, wenn ihr dabei geblieben seid und ja, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal hören. Die nächsten drei Wochenenden habe ich wenig bis keine Zeit. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ich melde mich. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. 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 Vielen Dank.